Hier oben gibt es ein Panel, Rechtslauf, Linkslauf, Aufmachen, Zumachen, Geschwindigkeitsstufen. Markieren das ordentlich und bohren dann ein paar mal durch. So rum wäre natürlich auch cool. Man muss natürlich aufpassen, dass er in die richtige Richtung guckt. Moin! Heute geht es um dieses schöne Schmuckstück. Das ist unsere Dachluke, ein Max-Fan. Den wollen wir uns oben an der Dusche einbauen. Das ist mit einem elektrischen Lüfter. Den haben wir uns bei Raimo besorgt. Vielen Dank an Raimo für die coole Beratung. Wenn ihr irgendwelche Sachen mal haben wollt, Luken, Fenster, irgendwas, guckt mal bei Raimo in den Shop. Der ist riesengroß, da werdet ihr bestimmt hin durch. Super. Ja, diese Dachluke, da hat einen elektrischen Ventilator drin. Rechtslauf, Linkslauf, Be- und Entlüftung, was ich ganz geil finde mit Fernbedienung. Und der Clou, man kann die auch aufmachen, wenn es regnet, weil er einen Motor drin hat, der den automatisch auf und zu macht. Und jetzt gucken wir mal rein, was alles so dabei ist. So, da ist einmal das Zuge. Super-Set dabei. Super-Set. Schrauben, Batterien, detaillierte Anleitung, Schraubenbeutel und die Fernbedienung mit Wandhalter. Wie geil ist das denn? So, und nicht wundern, ich hatte den natürlich schon mal ausgepackt. Der ist natürlich ganz sauber in Folie verschweißt und eingepackt. So, dann gibt es hier den Max-Fan selber. Montagerahmen für aufs Dach und Montagerahmen für innen. So, was er auch hat, ist eine mechanische Öffnung. Das heißt, wenn er aus irgendwelchen Gründen mal keinen Strom hat, kann man den auch noch von innen mechanisch öffnen. Ganz klassisch wie eine Luke auch. Hier oben gibt es ein Panel. Rechtslauf, Linkslauf, Aufmachen, Zumachen, Geschwindigkeitsstufen und der Infrarotempfänger für die Fernbedienung. Ja, so würde der dann auf dem Dach stehen und wenn er dann angeschlossen sein würde, würde er dann sich öffnen und kann dann von innen drin die Luft raussaugen und hier rausblasen. Ja, gucken wir mal, wo wir den montieren. So, wir wollen uns da eine Dusche einbauen. Hier in diesem Bereich vorne, gleich hinter dem Fahrersitz. Da ist ja schon die Duschtasse. Und wir gehen bei unserem Ducato genau hier an den vorgegebenen Stanzungen für eine Dachluke. Die ist jetzt nur 40x40, die Max-Fan. Das heißt, wir gehen hier bis zur Hälfte einmal rum. Ja, sägen aus, entgraten, lackieren, bringen einen Innenrahmen ran und dann bringen wir ihn aufs Dach. Los geht's! So, das hier ist der Bereich, wo sie hin soll. Ich habe dann den Rahmen mitgebracht und die kommt dann quasi hier so drauf. Das Gute ist, wenn man die auf 40mm aussägt. Der Rahmen ist nämlich auch für 35mm noch gedacht. Das ist hier die 35er Kante, das ist die 40er Kante. Also, wenn man nach 40mm aussägt, kommt man hier richtig geil an diesen Sicken vorbei. Anderer Seite genauso. Also, da gibt es dann einfach keine Probleme mit unterfüttern. So, und hier dann raus. Ja, cool. So, das ist jetzt unser Rahmen und den zeichnen wir jetzt im Auto mal an. So, ich habe mir das jetzt hier mal so ein bisschen angeklebt, mit so einer Latte fixiert und einfach erstmal nur die Ecken angezeichnet, wo die Bohrungen für die Säge dann reinkommen. Jetzt nehmen wir den ganzen wieder ab, markieren das ordentlich und bohren dann ein paar Mal durch. So, auch hier, wie beim Fenstereinbau, muss darauf geachtet werden, dass die Bohrungen innerhalb des Feldes passieren. Nicht, dass man dann die Ausbuchtung des Loches noch außerhalb der 40cm hat. Hier ist die Ecke, aber wir bohren natürlich diagonal ein paar Millimeter weiter in der Mitte, weil das Bohrloch natürlich ja auch noch ein bisschen Platz in Anspruch nimmt und wir von hier aus dann sägen wollen. Ich habe das in dem Video zu den Fenstereinbauern auch nochmal erklärt, könnt ihr mal reingucken. So, jetzt haben wir unsere vier Löcher, jetzt gehen wir aufs Dach, markieren uns oben auch nochmal das Quadrat von dem Rahmen. Kleben das mit Teserkrepp ab, damit da keine Kratzer so entstehen. Und ganz wichtig, hängt hier unten jetzt irgendwas vor, dass die Späne aufgefangen werden, sonst liegen die überall rum und rosten vor sich hin in den kleinsten Ecken. Also es gilt, die Späne alle aufzufangen. Da bauen wir uns jetzt mal was. So sieht es jetzt hier aus. Den Rahmen haben wir angelegt und angezeichnet. Ich fange erst mit einem kleinen Sägeblatt an und wechsle dann auf ein großes Sägeblatt, weil einfach die Kurvenführung mit dem großen nicht gegeben ist, damit es gerade wird. So, dann kann man sich hier so einen Griff ranbasteln und dann fällt die ganze Schose nämlich nicht nach innen. So, man kann ja schon mal testen, ob es passt. Jo, das sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt können wir noch ein bisschen entgraten. Geschmeidisch! Oh, Licht! Wie geil! Wie geil ist das denn? Wir haben Sonne! Guck mal! Schön! Ja, jetzt die Kanten mit Rostschutzfarbe versiegeln und trocknen lassen und danach geht es weiter. Hier nehmen wir keine Sprühdose. Hier tupfen wir. Dazu habe ich mir auf dem Blech hier ein bisschen Rostschutzfarbe aufgetragen. Und jetzt tupfen wir das. Ja, reihrum. Und von innen kann man das auch machen. Wenn der Lack trocken ist, kann man die schon mal einsetzen. Und dann kann man das alles schon vorbereiten, dass das Fenster jetzt an den Rahmen geschraubt wird. In der Anleitung steht drin, dass man die beiliegenden Schrauben dann später einfach von hier, also von hier durchbohrt und einfach so ins Holz macht. Ich bin davon irgendwie kein Freund, wenn da irgendwie offenes Blech dann rumliegt. Deswegen werde ich die jetzt alle vorbohren und dann auch nochmal lackieren, die Löcher, damit da auf gar keinen Fall irgendwie das anfängt zu gammeln. Jetzt kann man die Löcher wenigstens nochmal richtig sauber machen und behandeln. Nun sind auch die Löcher schön versiegelt. Nächster Schritt, schön reinigen. So, den Rahmen natürlich auch, wo der Dichtstopf aufgetragen wird. So, los jetzt mit dem Dämpfstoff. Wir haben hier Sikolostomer 710, das ist ein Dichtstoff, kein Kleber, ist ganz wichtig, dass er UV-beständig ist und nicht hart wird. Bei dem schönen Wetter ist es richtig geil, dass die warm sind. Das geht ein bisschen schwerer raus als normaler Kleber, also ein bisschen aufwärmen, wenn ihr gerade so in Übergangszeiten irgendwas machen wollt, wäre es sinnvoll, die im Wasserbad aufzuwärmen oder ähnlichem. Und besorgt euch eine ordentliche Presse, die hat jetzt hier, glaube ich, 10 oder 15 Euro gekostet, aber die ist auf jeden Fall wert, die hat hier eine Ratsche. Ja, los geht's. Bei den Schrauben bin ich auch einmal rumgegangen, dass da auch nichts passieren kann. Ich habe zwei dicke, fette Dichtwürste hier, oh schön, Dichtwürste gesetzt. Die quillen noch ein bisschen auf, also wenn ihr ein bisschen zu wenig drauf habt, dann wartet einfach eine Runde und vielleicht sieht es da ein bisschen besser aus. So, und das schmeißen wir jetzt hier rauf. Und dann setzen wir das ein und schrauben fest. So, ich werde die ersten ein bisschen überkreuzen, anfixieren. Und danach, nach und nach, einschrauben. So, und ob man genügend Dichtmasse genommen hat, siehst man auch daran, wenn die dann so richtig schön rausquillt. Ich kann das ja hier nochmal zeigen. So, dann weiß man dann, dass es überall flach aufliegt. Wenn man vorher so ein bisschen drückt und das aus dem Loch von der Schraube rauskommt, dann weiß man auch, dass es richtig schön die Schrauben abdichtet. Das sieht sehr gut aus. Super, überall schön rausgekommen. Geil. Gut geworden. So, ich glaube, dann können wir ihn jetzt schon einsetzen. Wie gut ist das denn? Dazu müssen wir den aufklappen, damit wir hier an die Schrauben rankommen, die hier fixiert werden im Rahmen. Dafür gibt es ja die Handkurbel. So. Vorher das Kabel hier so ein bisschen rausholen, dass das nicht stört. An der Seite hier, genau in der Ecke, ist ein Schlitz. Und dann kann man den hier ansetzen und eintauchen lassen. Seht ihr das? Wie geil ist das denn? So rum wäre natürlich auch cool. Man muss natürlich aufpassen, dass er in die richtige Richtung guckt. Ja, wer so auf Luft steht, kriegt hier eine Luftdruckbetankung. So rum. Besser. So, und dann wird hier die Schraube fixiert. So. Und fertig ist es. Mehr ist hier auf dem Dach nichts zu tun. Und der ist fertig, abgedichtet ist er, angeschraubt ist er. Wir können hier noch die Folie abmachen, dass er schön aussieht. Wuuuuh. Ja, und das war's. So, wir haben es jetzt mal ein bisschen verkabelt hier. Bei dem Max-Fan ist darauf zu achten, dass das Plus-Kabel das schwarze ist und das Minus-Kabel das weiße. Ist mal was anderes, aber es steht auch in der Anleitung. Und die Aufkleber zeigen das auch nochmal drauf. Ja. Und wenn wir den jetzt hier anmachen. Wie geil ist das denn? Ist das cool? Dann fängt er an zu drehen und die Luke geht auf. Wie cool ist das denn? So, hier kann man in zehn verschiedenen Stufen einstellen. Und auch wieder kleiner. Und was ich ganz geil finde, der hat rechts und links Lauf. Wenn man den drückt auf andere Richtungen, dann geht er erst aus. Und fängt an, andersrum zu drehen. Und jetzt holt ihr euch quasi ein bisschen Luft hier rein. Und das Ganze ist auch noch über Fernbedienung steuerbar. So, hier kann man dann die Geschwindigkeit vom Lüfter einstellen. Hoch, runter. Dann kann man einstellen, ob er auf oder zu sein soll. Dann kann man einstellen, ob die Luft rein oder raus gezogen werden soll. Und man kann die Temperatur einstellen. Hier die 26, 27, 28 und hier wieder runter. Und dann würde er automatisch anschalten und sich die Luft reinziehen. So glaube ich das. So wie das aussieht, ist die Raumtemperatur in der Fernbedienung. Weil ich bin jetzt ziemlich weit weg hier vom Auto. Und das ist ja nur ein Infrarot. Und er regelt das über den innenliegenden Thermosensor. Ja, und dann kann man den hier wieder ausschalten. Zu, aus, fertig. So, das ging easy. Wir sind total froh, den Max-Fan zu haben. Das ist ein total geiles Ding, wenn es da automatisch auf und zu geht. Ja, vielen Dank nochmal an Raimo. Für die gute Beratung und den coolen Support. Und ja, jetzt haben wir einen Max-Fan drin und können duschen. Und das warme Wasser und die Feuchtigkeit gleich absaugen lassen. Das ist total geil. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns und seht, wie wir weiter unseren Van ausbauen. Und schaut bald mal wieder rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020